Alles gut. Hast du schon deine Aufnahmen gemacht? Ich bin ja schon, jaja. Alles gut. Passt. Läuft. Nächste Folge. Die Rattenbucht, okay. Geh mal. Zu toll. Nein, ich bin an dieser Schaskante hängen geblieben. mit der heute wieder runter ich habe mich wieder runtergerollt drei möglichkeiten so langsam das ist ja scheiße so wir passen auf der feld ist hinten runter nein das ist doch zu kotzen dort zu schauen gleich nein das ist doch scheuerad das hoffe ich aber auch auch nur so gerade dagegen zu kommen, dass der mir wieder raushilft. Da. Du musst da eigentlich so ziemlich gerade durch. Ja, das ist ja das Problem, wenn du schon ein Stück liegst. Ja, ja, ich weiß. Du musst dir den eigentlich quasi wieder anpassen. Das ist halt das Problem. Das ist fast immer noch so schräg. Das ist ja auch schon auf der Konsole. Ja, ja, deswegen wollte ich so eine Frage, wenn wir das machen können. Ich habe mir nicht daran gedacht, in dem Moment, sonst hätte man zurzeit ein bisschen unrechtsbezogen können. Aber das können wir auch mal machen, wenn wir zu dritt, zu viert sind, vielleicht mal irgendwie auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, das ist schlecht. Ach, schade. Ich bin genau gerade gegen das Ding gekommen, sodass er mich nicht mitgenommen hat. Ich bin gerade gegen das Ding gekommen, sodass er sich nicht mitgenommen hat. Oh, schade. Schade. Zu schwach. Ja, ist er mir. Nein, oh man, ich bin, da will ich das Ding, ne, ich will das Ding anpassen und der setzt mich zurück. Ich bin wieder zu weit, ich hab's zumindest rausgekommen. Bleib, bleib, bleib. Double Rogi. Musik Musik Du musst ein bisschen schräg nach links setzen. Da drinnen ist nämlich auch eine Kohle drin. Ja, genau. Und dann kannst du den eigentlich in die Kohle fallen lassen. Musik Musik Sehr schön. Musik Jo, jedenfalls. Gut, dass ich aber im ersten Mal direkt rübergekommen bin. Musik Ich weiß nicht mehr. Doch. Musik Musik Nein, er bleibt genau da oben liegen. Baff. Musik Zwei wären möglich gewesen, wenn er ein bisschen weitergerollt hat. Musik 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 Oh Mann, ich würde genau auf die andere Ecke und du springst da hinten runter. Musik 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 Ah, jetzt habe ich versorgt mir wieder die Wahn! Grabe, Boogie. Sie haben zwei, drei Schläge weniger drin gewesen. Hä? Vorsicht, da sind Rampen, ne? Bördi. Ja, aber schon drüber. Alles gut. Komm, jetzt muss er nur in das Loch rein. Jawoll. Paar. Schhhh. Fuck you, das war zu viel! Erst mit zwei Schlägen ist das Ding drin. Möglich. Na, ja! Bördi. Sehr froh. Aber gerade noch so an die Kante von der Kuhle gekommen. Ja, bei mir ist das drüber weggerollt. Ich habe zumindest Paar gespielt. Es ist verarschend. Naad? Ja, tu schon. Auch da raus! Ja, Cruise прав. ich verspielte regelmäßig einen war schlechter als zu ich muss doch hochsetzen doch jetzt ein bisschen da ein bisschen glück da rund rein noch mal du bleibst heute rausfliegen okay dann wird es ein birdie werden ein bogey werden ein drüber bogey gut machen wir sie gleich auf nein auf die scheiß holzkarte gesprungen willst du denn da hoch nein er rollt wieder runter bist du denn da rüber gekommen rechts und links sind wasser dinge ja da bin ich ja rein aber das ich treffe die nicht genau das meine ich dann spricht er mir oben drüber kommt schon spring doch mal rein zeig mir doch einmal ein bisschen glück in dieser map 10 schläge weißt du so schlicht ich versuche mir das ganze ding noch am ende da bist du liga bling 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 das ist ja coole liegen nein er springt wieder raus wieder für die ich hätte normalerweise noch ein wenig ich habe nochmal doppelding gemacht du musst quasi 34 fast dreiviertel oder etwas mehr aufladen wenn das ding oben ist da hat auf und springen drüber genau schade war diese kuh hier drin brauchst du es bitte jawohl Ich habe noch ein bisschen Luft geholt. Nicht wirklich, oder? Du rollst weiter und nicht bleib liegen in der Rutsche, weißt du? Ja, ich bin halt in der Rutsche hängen geblieben in der Mitte, ich muss sie doch mal neu ansetzen. Hallo! Hallo! Ich auch. Haha, voll verfehlt! So niedrig! So niedrig! So niedrig! So niedrig! So niedrig! Buddy... Allerter Park. Glück gehabt, dass ich die Wasserbäder durchkomme. Eddie... als das 5 gespielt das geht natürlich auch das ist die wieder die spiele bei der 14 recht gewonnen vielleicht gewonnen das ist ich ich war schon obendrauf ja wir haben hier aber leute wieder gerade unterhalt warum auch immer der durch die wand in das wasser glitsch so bin ich jetzt ich habe nicht mal gedrückt bei mir ist er in durch die wand in das wasser geglitscht zehn schläge hast du gebraucht ja ja aber wir jetzt noch schlimmer werden ich werde noch 14 spielen ich gehe mal ganz kurz was holen und ich komme nicht rüber weg ich schaffe es nicht dieses loch zu treffen naja immerhin mal ein spiel gewonnen immerhin mal was gewonnen das ist kommt auch selten vor ja mal gucken was wir danach haben ja ja ja